Die Sendung wurde live untertitelt. Jetzt habe ich das Vergnügen, Ihnen ein bisschen das Produktkönig Ludwig Dunkel ein bisschen näher zu bringen. Es ist ja Spezialbier, es ist ein dunkler Bier im deutschen Markt, sind ja mittlerweile bei circa 1,5 Prozent, also wirklich ganz wenig. Liegt aber sicherlich auch daran, dass es von vielen Brauereien ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Das wollten wir natürlich nicht machen, das machen wir nach wie vor so, dass wir unser dunkles Bier aus echten, dunklen Malz machen. Alles beginnt in der Melzerei, Malz wird dann eingelagert in die Silos und dann wird man die festen Bestandteile des Malzkornes in eine flüssige Form überführen, brauchen wir unser Sudhaus. Da sind wir jetzt, da ist es recht warm. Ich bin ein Kellerkind, deswegen schwitze ich immer gleich so schnell. Sudhaus hat die Aufgabe jetzt da, Malz, geschrotetes Malz mit Wasser zu vermengen. Bei bestimmten Temperaturen wirken dort Enzyme und die lösen dann Eiweiße, die lösen die Stärke, die wandeln es um mit Zucker. Ein sehr aufwendiger Prozess. Bei dunklen Bieren natürlich noch intensiver wie bei hellen Bieren, da sich die Inhaltsstoffe vom dunklen Malzen etwas schwerer lösen. Deswegen haben wir jetzt hier auch vier Gefäße. Zweimal wird der Teil der Maische rausgenommen, wird extra gekocht. Wir erreichen hier schon eine gewisse Vorkaramellisierung. Das betont dann beim fertigen Bier ein bisschen schön das malzige Aroma, was wir ja haben wollen. Prozess beim Maischen circa dreieinhalb Stunden. Danach gehen wir abläutern, das ist nichts anderes wie ein grober Sieb. Dort wird alles getrennt, was fest ist. Das Flüssige läuft dann durch in die Würzeltfanne. In der Würzeltfanne kochen wir das Ganze noch circa 80 Minuten. Erst beim Kochen kommt dann der Hopfen hinzu. Und wenn das durch ist, dann haben wir unseren Sud fertig. Schmeckt wie gehopftes Karamalz. Schüss, wenn wir jetzt den Hopfen geben, dann ist es richtig schüss, dann wäre es Karamalz. Der Hopfen, der macht die Bittere, der gibt ein bisschen Stabilität, der bindet auch die Eiweiße. Das Ganze ist heiß, muss dann hinten im Kühlhaus abgekühlt werden, über den Plattenwärmetauscher relativ schnell. Es geht so in einer Zeit von circa 45 Minuten, lautet dort 15.000 Liter durch, von 98 Grad runter auf 7 Grad. Das Ganze, die ganze Würze wird in den Keller geleitet. Dort kommt dann die Hefe hinzu, die Gärung kann starten. Wir haben hier eine Produktionszeit pro Sud von circa 8 Stunden. Durch das, dass wir einen fortwährenden Prozess haben, kontinuierlich sind wir hier in der Lage, circa 5 bis 6 Sudi am Tag zu machen. Das heißt, die Tagesproduktion hier in diesem Sudhaus liegt bei zwischen 70.000 und 85.000 Liter. Jetzt gehen wir in den kühleren Bereich, weil das wesentlich angenehmer ist. Kommen wir hier wieder raus? Wir kommen dann im Endeffekt von hier raus, aber gehen an der Tür wieder vorbei. Also wenn Sie was haben, was Sie hier drin liegen lassen wollen, die Eingangstür ist, glaube ich, super zu gut. Das ist gut. Ja, da kommt dann auch keiner rein. Komm, danke. Vielen Dank. Danke. 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 Rostpilz, sprich ein Lebewesen, und das ist eins der ganz, ganz wenigen Lebewesen auf der Welt, die leben können mit Luft und die leben können ohne Luft. Das machen wir uns natürlich zunutze, es gibt ja zig verschiedene Hefestände, Hefen sind sauren Mützes, die Backhefe könnten wir jetzt auch zum Bierbrauen hernehmen, nachher würde halt was anderes rauskommen, sage ich mal, schmeckt es nicht so wie die Bier mit Bierhefen, Weinhefen, kennen wir alle. Von diesen Bierhefen gibt es sehr viel unterschiedliche Stämme und jede Brauerei arbeitet natürlich mit einem eigenen Stamm oder mit Stämmen aus der Hefebank und wir wollen auch keine Stämme mischen, deswegen müssen wir Reinzucht machen, das stellen die Bilder dar. Ganz links sehen Sie so separat oder separierte einzelne Zellen unseres Stammes, die wir vermehren. Was braucht die Hefe zum vermehren? Nährstoffe. Nährstoffe haben wir in Form unserer Bierhürze. Kleine Aminosäure, Zuckerchen, was braucht sie noch dazu? Luft. Kein Problem, sie bekommt ein bisschen Würze, sie wird belüftet und dann fängt sie an, durch Zellteilung sich zu vermehren. Das geht relativ rasend schnell, das passiert im Labor. Binnen ein paar Tagen, ca. 5-6 Tage haben wir so viele Zellen gebildet, dass wir in die Propagation gehen. Nach weiteren 4-5 Tagen haben wir so viele Zellen gebildet, dass wir den ersten Sud komplett vergären können. Während der Gärung erhöht sich die Anzahl der Hefezellen ungefähr in den Faktor 3, das heißt auf 100 Litern Hefe werden 300, aus 300 werden 900, so ungefähr kann man da rechnen. Also wir haben immer einen Überschuss quasi. Das Schöne daran, nachdem wir sie selber vermehren, sind sie alle aus der gleichen Familie, aus dem gleichen Stamm. Das bedeutet Reinzucht. Wir haben keine Fremde drin. Das ist auch nicht. Und jetzt da, wenn die Luft weg ist, was macht die Hefe dann? Die meisten Lebewesen würden sterben, die Hefe nicht. Sie ändert ihren Stoffwechsel, sie hört auf mit der Vermehrung und fangt mit der Vergärung an. Das heißt, sie nimmt den Zucker aus der Wirze auf, transportiert ihn in die Zelle, wandelt in der Zelle, grob gesagt das Ganze um, in der Alkohol, Energie und CO2. Das Kohlendioxid wird dabei frei. Und das macht sie so lange, bis sie den ganzen Zucker weg hat. Das Ganze steuern wir über Temperatur. Je niedriger, desto langsamer, aber desto schonender das Ganze. Es gibt dann auch dementsprechend bekömmlichere Biere, rundere Biere, feinere Biere. Und genau das ist das, was Prinz Lübert am Anfang gesagt hat, auch traditionell gebraut. Bedeutet einfach kalt. Kalte Temperaturen, tiefe Temperaturen, längere Zeit. Das ist wie beim Backen auch. Gibt bei dem Teig, dem Hefeteig ein bisschen mehr Zeit zum Gehen, nachher wird das Ganze besser. Und das schauen wir uns jetzt noch an. Eine kleine Zeit vielleicht noch. Das können noch eine kleine Zeit, aber viele Leute nicht wissen. Die Bierhefe ist einer der wichtigsten Versuchsartikel für medizinische Forschung. Und Sie wissen, dass die Hefezelle 60 Prozent Verwandtschaft hat genetisch mit Menschen. Also 60 Prozent unseres Genoms sind identisch wie die Hefezelle. Das erklärt einiges. Das ist ganz interessant. Also wir haben da, fast alle Versuche in der Medizin und in der Forschung verwendet man die Bierhefe am Anfang, weil man da eben eine sehr, sehr schnelle Reproduktion hat. Und deswegen, wenn man etwas forscht, geben sie schnell Ergebnisse her. Natürlich ist das nicht über Menschen übertragbar, aber die Forschung beginnt meistens mit der Hefezelle. Dann geht es dann in kleine Lebewesen wie Mäuse und dann irgendwann nennt man ein paar Menschen. Aber vielleicht ist das vielen Leuten nicht bewusst. Ich meine, dass sie gesund ist, das wissen wir ja schon lange, sonst hätten sie nicht eine Drogerin und Reformhäuser. Dann gibt es ja Hefetabletten und Hefepräparate. Warum? Weil die Hefe ist Träger von fast dem kompletten B-Vitaminkomplex. Sind alle in einer wahnsinnig hohen Form da vorhanden. In der Trockensubstanz besteht sie aus fast 50 Prozent Eiweiß. Deswegen schmeißen wir die Hefe dann auch nicht weg. Die geht jetzt nicht einfach in den Kanal, ins Abwasser. Hefe ist ein sehr wertvolles Futtermittel. Das holt der Landwirt ab. In der Regel wird es bei der Schweinemast eingesetzt. Mittlerweile geht man sogar so weit nachher, dass man es eventuell sogar bei Biogasanlagen testet. Aber da schlägt sie nicht so durch. Klar, sie vergärt ja, sie macht CO2 nachher draus. Aber da laufen so viele Sachen. Ähnlicher wie beim Hopfen muss man auch sagen. Ich finde gerade von Bingen hat Hopfen schon eingesetzt. Vor mehr als tausend Jahren, warum man bei der Hopfen eine sehr gesunde Pflanze ist. Dem werden teilweise krebsvorbeugende Wirkungen nachgesagt. Klar, es ist die Menge, was es ausmacht. Ich meine, diese Sachen, was er drin hat, die kannst du gar nicht so viel essen, weil der ist bitter. Das springst du halt nicht so runter. Gut, jetzt gehen wir da rüber. Jetzt da so kurz hinhören, da hören Sie jetzt so ein bisschen das Belüften, das Blubbern. Das ist jetzt Hefe in der Vermehrung. Da ziehen wir jetzt gerade in dem Tank die nächste Reinzucht her für nächste Woche. Da ist die Würze drin, die Hefezellen sind drin, sie bekommt jetzt etwas Luft und vermehrt sie. Das messen wir dann jeden Tag. Wenn es ein bisschen kühlbar ist, sodass wir schön sein können, auch mit Temperatur und mit Geschwindigkeit. Achtung. 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 Ja but sehreros. Achtung. Aber das wird so süßen und medkühlas. Endlich ist es kühl! Ja, endlich ist es kühl. Jetzt habe ich vorher gemeint, da ich gesagt habe, ich bin ein Kellerkind. Weil wenn Sie meistens, wo du bei solchen Temperaturen unterwegs sind, dann das ist nicht so schön. Da oben bei 30. Jetzt steh da ein Sudhaus. Das wird ja teilweise 40 Grad. Was hätte da oben? Vielen Dank. Das sind die aufgesetzten Kaschen, was du da sehen. Das sind die Kühlenkaschen, die wir so machen. Ich muss es jetzt ein bisschen langsamer machen, dass Sie so langsam akklimatisieren. Das ist der erste Teil der Gärung. Traditionell gebraut bedeutet auch zweigeteilte Gärungen. Einmal die Hauptgärung, einmal die Nachgärung, von der wir sprechen. Was passiert in dem Tank? Die abgebildeten Würze oben vom Sudhaus wird mit der Hefe beimpft. Und das Ganze geht hier in den Gärteil. Das haben wir gehört, nachdem der Sauerstoff aufgezählt wurde, sprich die Vermehrungsphase wurde abgeschlossen, beginnt die Hefe mit der Vergärung. Sie warnt den Zucker um in Alkohol, in Kohlendioxid und dabei wird Energie frei, Energie in Form von Wärme. Das heißt, die Temperatur steigt langsam an. Je höher die Temperatur, desto schneller die Gärung. Da ist die Bierhefe jetzt nicht anders als die Backhefe. Der Hefeteig muss auch am warmen Ort gehen. Wollen wir aber nicht, wir wollen Sie nicht so schnell arbeiten lassen, weil es entsteht ja nicht nur Alkohol. Wir kennen in der Brauwissenschaft ca. 1000 verschiedene Gärungsnebenprodukte. Viele sind gut, einige sind natürlich schlecht. Bei zu hohen Temperaturen wird die Anzahl derjenigen, die etwas schlechter sind, sprich für die Bekömmlichkeit, für den Geschmack, für solche Sachen zuständig sind, einfach zu hoch. Deswegen halten wir hier eine Temperatur von ca. 10 bis 11 Grad. Höher nicht. Das bedingt, dass es im Gärprozess ca. 6 bis 7 Tage hier dauert, dann hat die Hefe ungefähr 2 Drittel des Malzzuckers verwohren. Das verbleibende Gürtel, das wollen wir dann auch für die Lagerung haben, weil wir wollen ja stabile, vollmundige, ausgereifte Biere. Und dazu lagern wir das Bier dann aus dem Gärtank einen Keller weiter, der muss ein bisschen kühler ist, und lagern. Also, ich spüre mal viel, wie der geht. Ah, da soll ich noch so lange machen. Vielen Dank. Auf den Kohlplatz. Bitte? Ich sag einmal aufrutschen, jetzt werden wir. Ja, jetzt werden wir. Ist das Eis? Eis. Ja, das ist Eis. Das ist jetzt einer unserer Lagertöller, Reife-Tank. Da kann nichts passieren. So dick ist das Eis. Die Aufgabe hier ist das Bier in Ruhe auszureifen. In den Kellern, wenn Sie es vielleicht kennen, früher diese alten Holzfässer, die Lagerfässer, wo wir mit Naturreis gekühlt haben, hatten die gleiche Aufgabe. Heute hat sich das Material halt geändert. Man ist hier jetzt auch Edelstahl, mittlerweile in der ganzen Lebensmittelproduktion. Warum? Wir haben ja Bier. Es ist ein verderbliches Produkt. Wir haben halt Bier im Markt draußen. Die sind fünf Monate, sechs Monate, zwölf Monate haltbar. Wenn wir sowas machen will ohne Kurzzeiterhitzungen oder Pasteurisation, haben wir nur eine Möglichkeit, sauberst zu arbeiten. Geht mit Holzfässern nicht. War doch früher gar nicht notwendig, weil Holzfässer, die wurden abgefüllt oder das Bier kam raus, ging zum Kunden und waren nach zwei Wochen spätestens trunken. Die Vertriebswege haben sich heute etwas geändert. Wir schreiben hinten drauf, bitte kühl und dunkel lagern. Warum machen wir das? Weil wir wissen, Temperatur und Licht sind Einflüsse für ein Bier, was den Alterungsgeschmack beschleunigt. Man muss gar nicht infiziert sein, aber das Bier verändert sich nach der Abfüllung und zumeist zum Negativen. Und damit das möglichst lange stabil bleibt im Ursprungsgeschmack, brauchen wir hier die Tiefentemperatur, brauchen keimfreie oder Materialien, die man absolut hygienisch so behandeln können, mit Säuren, Laugen, Desinfektionsmittel. Manche Bereiche, vor allem mit Heißdampf, 120 Grad, absolut Sterilität erzeugen. Das ist der Grund, warum dann Bier ja die Haltbarkeit erreichen. Weil eine Pasteurisation ist immer ein Hitzeeinfluss, ein thermischer Einfluss. Frischmilch, pasteurisierte Milch, brauche ich gar nicht mehr sagen, schmeckt doch ganz anders. Also das ist der Grund. Was passiert hier drin? Die Hefe gärt halt noch ein Stückchen langsamer, das Ganze läuft noch schonender. Wir binden hier die Kohlensäure auf ganz natürlichem Wege ab. Wir brauchen oder wollen in untergärrigen Bieren circa 5 Gramm Kohlensäure. Das sehen Sie teilweise bei der Tank, die muss ein bisschen pluppern. Das ist etwas ganz leichter. Das ist nicht keine dicke Eis, keine Angst. Und so können wir sie auf ganz natürlichem Wege abbinden. Bedeutet, die Kohlensäure bekommt eine sehr intensive Bindung mit dem Bier, was da für ein Verbraucher dann beim Konsum von Vorteil ist. Denn die Biere bleiben im Glas viel länger frisch. Je intensiver die Kohlensäure drin ist, desto schwerer geht es ja auch raus. Das kennen wir ja alle, wenn man ein Bier manchmal im Biergarten trinkt und nicht einmal so lange steht und dann schon nach einer Viertelstunde Lack ist nachher, sind es oft schnell gebraute Biere. Denn schnell gebraute Biere haben wir Produktionszeiten circa 12-13 Tagen. Die können die Kohlensäure gar nicht abbinden, die müssen die auffangen und danach das fertige Bier reinblasen. Da ist der Bindungsgrad nicht so hoch. Das sind nur so ein bisschen Kleinigkeiten. Es ist heutzutage möglich, geschmacklich ähnliche Biere zu brauen wie traditionell. Nur der Unterschied, die einen sind in 10-12 Tagen fertig und die anderen brauchen mindestens 4 Wochen. Und das ist das, was sich für den Preis natürlich auch niederschlägt. Gut, nächster Schritt wäre die Fieberation. Da wird es jetzt wieder da machen. Danke. 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 »DEBBidos« Ja, wir sind jetzt hier in der Münchner Fußgängerzone beim Kugelhubf. Und hier gibt's auch, was wir mit Erstaunen festgestellt haben, ein König Ludwig Dunkel. Und hier treffen wir die Kollegin, die wir gestern schon beim Pressetermin in Kaltenberg kennengelernt haben. Und sie war auch bei der Bierverkostung dabei. Können Sie mir was darüber erzählen? Für mich war das eines der Highlights meines Lebens, weil uns der Prinz Lüthpold erklärt hat, wie ein richtig gutes, bekömmliches Bier gebraut werden muss. Und was er geschafft hat, dass das gute alte Dunkel, was über Jahrhunderte weggetrunken ist und das täglich Brot wirklich war für die Leute, weil das Wasser früher nichts getaugt hat, die Hygiene war nichts und der Schmutz war drin, was dieses gute alte Dunkelbier eigentlich für wunderbare Eigenschaften hat. Das Essentielle, was ich gestern gelernt habe, ist, ein Bier muss xx lang vergoren sein. Und dann entfalten sich die guten Eigenschaften der Hefe mit dem Hopfen und dem Malz. Und nur eine Brauerei, die ich kenne, legt den gesteigerten Wert, ihre Kessel, ihre Sudkessel, so extra kühl zu halten und das so lange aufrechtzuerhalten, dass so ein bäriges Bier rauskommt. Ich bin ein Trockentrinker, beim Shampoos ein Brüttrinker, aber beim Bier mag ich es auch nicht so sehr. Ich hätte nie gedacht, dass mir ein König Ludwig Dunkel schmeckt, weil ich das Vorurteil hatte, das ist wie ein Karamalz, aber nicht nur mit Tanten. Das ist ein süffiges, leichtes, trockenes, in der Weinsprache zu bleiben, Bier und eben xx lang vergoren. Und das reserviere ich noch als Marke des xx lang vergoren. Prosit auf den Luitpold. Ja, wir sind jetzt schnell mal hier nach Pasing gefahren, nämlich zum Prinzregentgarten. Und das ist der älteste Biergarten vom Prinz Luitpold. Und ich habe meine Kollegin jetzt nochmal mit dabei, die wird uns vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Ich bin in München-Pasing an der Würm geboren, damals in dem Krankenhaus 1970. Und ich habe nicht gewusst, dass es hier am Prinzregentgarten gibt. Ich bin das erste Mal jetzt in dem Biergarten und mich frei mir nahrisch. Und Prost auf dein gutes Bier, Prinz Luitpold. Wir danken dir, dass du die Verlangsamung des Bierbrauens wieder hoffähig gemacht hast, sodass ein Bayer ein gescheites verträgliches Biertrinker kam. Dankeschön.